hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute mal nicht mehr im kochvideo sondern einem kleinen urlaubsvideo und zwar erdhörnchen und streifenhörnchen in kanada und ich fand die waren einfach zu süß um es hier nicht hochzuladen also ich wünsche euch viel spaß dabei so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020